wir brauchen sich noch mal Käpten Diabetes Gebt mir geht es zur Hilfe bitte ja wir kommen vielleicht fällt es jetzt wir davor ja wir können das jetzt vielleicht sogar bewegen Perfekt so das sollte klappen und anzünden so was gibt es denn hier schönes Blöde der Pro was Profei Profezeiung Profei und zwei Jahre Autofakt und das hat ziemlich stark aus oder 70 mal haben wir eigentlich neuer und kleinen Platz für die stärksten 70er ja das macht was ist das kritischer Treffer schaden minus 1 gut das wäre jetzt nicht ganz so schlimm äh Verbündeten Gesundheit steigt dafür wieder Gesundheit Wiederherstellung sinkt ist jetzt nicht so geil wenn wir das gegen das tauschen ähm kritische ach so verliebende Bonus verbinden jetzt bei dem aus eben mehr kritischen Trefferschaden und verlieren bisschen mhm mhm wir können natürlich noch mehr dazu ja minus 3 da unten und plus 9 Trefferschaden kritischer da wechseln wir doch auf die Flöte sehr geil das ist ja das ist ja nice alles gesehen und wohnsohn im mit grundverboten schrotter wie sie los so so hallo so leid hoffentlich vertragen er und wird sich bald wieder ja das können wir schon hin das gehen wir hin was das mehr schweinchen eh wunderschwein ist in meinem Schlafzimmer hast du etwa glaubt die ganze Zeit im Keller ich bin doch kein Monster äh na gut hatte ich jetzt erwartet du bist du 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 schon ein schlaf ja ich habe schon gehört gesehen das haben wir schon gemacht die kehl durch die haare irgendwo zu machen also zum glück nicht nur jetzt feststellen und sie wollte kein foto mit uns das klappt soll ich jetzt geht's ja ja doch naja wissen so dass man nicht der schluchte doch zu schaffen gab es denn hier noch was den hamster finden sehen wir ja die antwort sind wie kriegen wir denn die idee nämlich hierher mit zeitworts pause das wollte ich gerade machen liebe spiel gerade deswegen stehe ich hier ich muss das machen während der läuft zusammen und noch bett nur verdammt nicht komm her also ich kann es immer nicht verlassen sind ja noch immer den noch zurück schritt einfach durch fremde häuser so wir haben eine schnelle reise nach links gibt es eine oder hier dann die straße auch beginnt da hinten ist haben wir ja schon gibt nichts dafür können die labe weiter entfernen gibt ja noch so ein paar sachen wo nicht reinkommen ja erst über die straße aber natürlich nicht auf der straße ja 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 falsche richtung die klappe die klappe wir wollen wir wollen und ja ja du 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 Ja, mach ich. Ja. Ach, Tweak. Hier ist dein blöder Laptop. Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Den Laptop? Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffee-Geschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Part-Therapie gehen. Könntest du das Crack geben? Och, nein! Scheiße, gib dem Laptop! Mann! Ein Laufburschen spielen hier, ey. Ah, Mann, 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 ey. Wo ist er? Part-Therapie? Kann er mit einer Therapie machen? Wie mag's? Sag eben, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Was? Alter, nein, ich will ja nicht mit hin. Was kann ich für dich tun? Worauf hast du Lust? Du musst doch mit Tweak reden? Ich müsste ja mit ihm reden. Oh, komm schon, ich will nicht die Part-Therapie. Was ist das? Part-Therapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist, weil ihr scheint ja offenbar vernünftig zu sein. Ja, Alter, bitte. Oh, Mann. Alter, so eine dämliche Aufgabe hier. So. Was? Craig? Craig? Super Craig, wie braucht er deine Hilfe? Oh, Mann, jetzt ist er schon wütend. Wo ist er hin? Der muss ja noch sein. Also laut Map ist er ja noch hier. Äh, ist er weg? Craig, alle mit Mr. Tweak. Ah, okay. Ich verstehe. Achso, Mr. Tweak hat ja den Laptop. Mit dem Laptop geben. Das ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Elektropunkanzugkostüm, Elektropunkhandschuhe, Elektropunkkopf mit Deku. Cool. So, krieg ich jetzt den Laptop? Oh, Tolly, hi! Ich habe ihre Würze auf deine Feinde ab, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Davon wird sie den übeln, dann würgen sie und du haust sie um. Äh, ja? Aber... Äh, wie geht's jetzt weiter mit der Mission? Äh... Äh... 2 von oben 3. Wir gucken uns auf jeden Fall noch an. Ja, muss ich jetzt... Oh, muss ich jetzt ein übelstel Umweg leitschen? Äh, nee, wir können ja, wir können ja, äh, die Abkürzung nehmen. Durch die Gasse. Wir dürfen nicht, dass wir nicht wieder in den Hinterhalt geraten. Meins? Wir brauchen alles. Wir haben noch nicht gekauft, aber wir brauchen alles. Und hier gibt's Geld. Ganz viel Geld. 56 haben wir schon, geil. All die Klappe. Und wir haben uns schon noch platt machen. So, hier geht's lang. Niemand hier. Sehr schön. Äh... Ich find's schon da raus, wie ich die fange. Oh! Oh! Southparks Senior Center. Cool. Drake's Artitis... Nee, Quickies Artitis... Äh... Arthritis Crème. Erinnerst du Detective Rockford? Oh, ich erinner. Erinnerst du mit you, Clark? Oh, ja. Ich erinnerst. Downtown liebig. Wird's hier rein? Nee. Okay. Und da auf den Meadows. So. Aber... Ich mach für hier erstmal Schluss. Wir sehen uns eventuell morgen schon wieder. Ansonsten spätestens wahrscheinlich am Wochenende. Nächste Woche. Hier viel zu geht's gleich weiter, wie wir den Kingpin besuchen gehen in der Darken Meadows. Bis gleich. Good luck. Have fun. So, meine Freunde. Herzlich Willkommen zu Sattbart, der Flächter-Butthol zur nächsten Aufnahme. Wir stehen hier vor Darken Meadows. Und wollten den bösen Kingpin besiegen. So viel weiß ich noch, wo es schon ein paar Tage her ist. Äh... Deswegen war man auch direkt hierher gelaufen. Da kann ich mich noch echt gut daran erinnern. Und wie sollte es alles sein? Zum dritten Mal beim Aufnehmen von Soundpark haben sich alle Parameter für den Sound verstellt. Es ist echt übel zum Gott und diesmal war es, äh, ein Update, äh, der Treiber. Und bei mir waren alle Sound-Einstellungen komplett weg. Es war alles auf... Äh, wieder auf die Forte, also 100% Lautstärke ohne Boost. Ich habe das Ganze jetzt, ähm... nur ganz, ganz wenig umgestellt und hoffe, es klappt trotzdem soweit alles. Ich muss auch nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit nachgucken, jetzt, wo ich das hier so erzähle. Ähm... Damit ich weiß, dass... alles sein Gang hat, mit der Karte von Menschen, ja, ja, ja. Äh... weiter darauf die Eigenschaften, genau, Monitor aus, Monitor aus, ist halt nicht... den Monitor eingeschalten, um mich selbst zu hören, beim Probieren. Nicht, dass das jetzt mit aufgenommen wird, das wäre echt scheiße. So. Aber so viel dazu. Wir wollen hier rein. Wir gucken erst mal, was auf der rechten Seite ist. Wie war das? Ja, Gott. Ich hab wieder alles vergessen. So komme ich zum Foto machen. Wie konnte ich denn die Maps sehen? So kann ich die Maps sehen. Ach, nach rechts geht's. Nirgendwo hin, dann können wir wieder her, zu Craig. Oder zur Twix Cafe. Gut, dann können wir das ja lassen. Und ich hoffe, ich hoffe, für euch ist ein Unterschied hörbar, denn ich habe jetzt so einen Windschutz. Da ich dieses Mikrofon ja mehr oder weniger direkte herstellen muss. Das ist halt dummerweise auch so, dass das Mikrofon immer aktiviert geblieben ist, nachdem ich geredet habe und man mich so so gehört hat. Und ich habe jetzt den Windschutz. Das war die meine. Das war die meine. Und ich habe der Windschutz sehr hüpft. Das ist ein bisschen dagegen. Was hast du, Kollege? ja mein back ein back was machst du da mit antworten das gefühl wenn wir da hin gehen springt da klar aus dem gebüsch besiege das sicherheits die muss bestand da nicht an der mann Rucksack stattdessen Weltkrieg stunden diesmal habe ich Verstärkung achten schon wir sind geschädigt was Köder angeht ja Mainzer die Leben und Erden so kommt er sehen er hat 500 und die Köder nein du bist noch nicht dran wir haben 200 alle 74 und der hat den können wir nicht treffen ok ich würde erstmal den ersten zum Bluten bringen schade nicht nicht geschnitten das erste ist schön die Trashback hauen hier treffen wir bloß ein treffen wir gar keinen auf seinem Platz dürfen wir nicht und ja oder wir hauen wir treffen wir auch nicht also können wir eigentlich nur ein Ziel stellen und mit auf ihn drauf prügeln er blutet auch dann sollte er dann eigentlich schon fast wechseln wär ich nur ein echter Cop ja alter Pfefferspray echt jetzt das ist ein Arschloch so wer der erste Hund ist schon da kommen kommen wir nicht durch also machen wir das und müssen wir beten so wir können den Hund nicht angreifen finden den Hund angreifen oder ihn würde ich sagen greifen wir ihn an ach ne ach Cartman steht na ok dann greifen wir ihn an hier und dann machen wir ihn auch gleich langsam oh ja nein bist du nicht du bist nur so ein Streifen Bulle hier du kannst ganz schön einstecken Diabetes schön dass du es bemerkt hast was große Happen scheiße aber wir hauen den ersten weg hier war es alle drei gekommen sehr sehr geil zeig ihm was du draußen abdehnt ach komm wo kommen denn die jetzt schon wieder her ey kacke kann ja nie wahr sein ähm ähm machen wir das wo wir wenigstens überhaupt treffen sehr gut wundersch was ich bin vom frühmühlen ich bin wieder da nie da oh oh ähm ja ich bin vom frühmühlen ich bin wieder da ich bin bitte keine Nasenscheide bei Vergröbung oh Gott komm schon oh mein super helden sind super oh weia Kipp Diabetes ist jetzt kampfbereit hm ok ja ja da können wir einen Abstand nehmen gehört erden 516 210 na kacke dann stehen wir genau zwischen denen das mache ich mal lieber nicht oder geht's auch schneller ich muss die Kinder abholen nehm nur kein Schatz kein Schatz ah verdammt ey ach shit hm 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 ja auch nicht äh wir machen ihn mal wütend wenn er uns nicht angreift da hilft wohl nur Ruhrgewalt dein Antensteiger hat nur mein Sohn ey ich hab gar was getrunken du hast du zerfetzt luence ja shit hmhmhmhmhmhmhmhmhm scheiße Die was für Unruhen? Unruhen? Täter am Boden Ergibt sich sofort Hier, fang Macht Spaß, die großen Buben auszupacken Nicht gibt's, mein Freund So Er wird jetzt geschockt Das ist langsam und geschockt Und da müsste Craig angreifen Was er nicht kann So So Weibs spielt verrückt Achso, ah, ja, 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 genau, genau Ah, nee, das lohnt ja nicht Das lohnt ja gar, nee Meine Uniform ist nur geliefert, ich hab noch 14 Raten Ja, noch 14 Raten, das wäre geil Also, das ist ja richtig nice Okay, dann machen wir das So, na, stehe ich wieder im Weg Dann können wir nur Los, 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 mach schon Ah, geh mal mit dem Hund drauf Das habe ich gedacht, sie haben wollen Jetzt endet der Rest deines Lebens Wir kämpfen also nach Gefängnisregeln Okay So Karl Marx ist verwirrt, deswegen Könnte ich sagen, nicht conclusiv, was er macht ich war siebbester im Online-Kurs du bist also geliefert das Knirschen ist echt befriedigend oh, alter, wie wie die du mir immer noch aus allen Löchern wie eklig das macht infof ok, dann wird das gleich wieder geschafft zack ich gebe es zu, du hast Potenzial ja, danke, komm, danke oh, Kuh, entschuldige ist ja der Kuh ich hätte geschockt ihn vom Angriff ab haut ihn fast um ich glaube, un- Kortmans Angriff ist da sinnvoller also hauen wir ihm erst mal eine genau weil Kortmans Angriff trifft alle auf dem Feld sehr schön ja cool und Angreif oh yeah mit allen Bluten, wenn ich das richtig gesehen habe ja Vorsicht, Hals nie, man ist sowas ja, hey, das macht Spaß ach so, ach, durch die Flash, wo kommt man von, ah, ja das alle Waffen fallen liegen oder stehen, Einbrecher das fallen liegen oder stehen ja, geht los, geht los kann man hier irgendwo anders sein, ne oh, dann unsere Ausdruck und wir weg kommen wir ihn hier weg und ab geht's ok, los geht's und tschüss endlich ist es vorbei, meine Hämorrhoiden wenden sich was und wo ist der denn so, Schild des Exils Adrenalinüberladung, cool und eben Dollar 38 sehr gut crime ist out of control in our town Kunin und Freunde sind diese Stadt only hope ok, jetzt müssen Sie in die Stadt und machen superheros stuff you know, help people und fight crime und dumm shit like das well, how's the character sheet coming I already let you dual class there's nothing left to talk about do not give me those sad puppy eyes you are not going to have three classes I've been given twenty thousand dollars to take care of you but I only need a few hundred for that so you know what I'm gonna do with all the rest go to Paris and get a penile enhancement and fuck French chicks super craig Hehehehe